Da war es wieder, da habe ich in der selben 10 Sekunden jeden Film gezogen und die Kiste schon selbstständig hochgeschaltet. Die Linie von dem 6er Golf eben hinten im Uhr 8, das war ein bisschen kritisch. Das Server, wenn der da sieht, dass man schon daneben ist. Der hat mich nicht gesehen, der hatte so viel mit sich selber zu tun. Mit Sicherheit habe ich nicht gesehen. Die Linie von 6ern 2. 0.1 1. 0.3 1. 0.0 2. 0.0 1. 0.09 2. 0.10 Ja, das Vier fährt wirklich kaputt. Ja, ja. Dann haben wir uns auch ab am Probieren. Besser getroffen als jeden. Sehr krüber machen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Das ist fast beim Vorderrad in der Luft in der Kurve. Ja, ja. 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 Ja. Und dann geht das Ganze om jetzt Southam-Tmal 10. Das war's für heute. Eines ein bisschen zu schnell, beim Einlenken. Das war jetzt mal so ein Beispiel von... Überhaupt nicht gut getroffen. BEEP! Soll ich unterwegs vor die Kiste sehr zügig. Soll ich mich nicht mehr so zügig. Soll ich mich nicht mehr so zügig. Wie gut, da hat ein Auto so gut bremst, ne? Ja. Junge, Junge, der war wirklich gefährlich jetzt gerade. Ich habe auch zu spät gesehen, dass der so langsam ist. Ja, aber in dem Moment, wo du mir das sagtest, stand ich schon voll auf der Bremse gerade. In dem Moment hatte ich es genau in dem Moment auch realisiert. Aber zuerst, da musst du erstmal herausfinden, wie langsam fährt die denn überhaupt.